Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Yannick Brün und dieses Video ist der erste Teil unserer neuen Videoserie, in der wir endlich mal ein eigenes Spiel entwickeln werden. Zuerst einmal, ich entschuldige den schlechten Sound, also eventuell hört man in diesem Video ziemliche Hallgeräusche. Das liegt daran, dass ich gerade in einer neuen Wohnung bin, die ich jetzt gerade beziehe und hier stehen noch nicht alle Möbel drin und dementsprechend habe ich ja ein bisschen Hallen drin. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Videos nicht mehr da sein. Also da keine Sorge, da kümmere ich mich schnell genug drum. Jetzt ist es aber leider unvermeidbar und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ignorieren das Ganze und mit dem Gewissen, dass das halt in den nächsten Videos nicht mehr da sein wird. So, wir fangen an mit einer neuen Serie. Ein Spiel wird diesmal entwickelt. Wir haben ja jetzt schon die ersten Grundlagen vom Game Maker kennengelernt. Wir haben die Programmiersprache GML schon im Detail angeguckt und wir haben schon einiges gelernt, dass man wirklich jetzt praktisch anwenden kann, um ein eigenes Spiel zu entwickeln. Und dementsprechend werden wir jetzt ein Ausweichspiel entwickeln. Man spielt einen Ball in einer Arena und von außerhalb der Arena kommen immer so Gegner reingeschossen, die wirklich versuchen, einen zu berühren. Und wenn sie einen berühren, dann verliert man ein Leben, beziehungsweise falls man zu viele Leben verloren hat, hat man das Spiel verloren. Und ja, das Ziel des Spiels wird es sein, dass man solche Punktebälle aufsammelt. Also es spawnen immer in der Mitte der Arena irgendwo random irgendwelche Punkte, irgendwelche Münzen, die man aufsammeln kann. Und ja, das wird das ganze Gameplay sein. Also man ist ein Ball, man muss sich in einer Arena bewegen. Es kommen Gegner reingeschossen, beziehungsweise Projektile reingeschossen. Man muss diesen ausweichen und man muss Items aufsammeln. Und je nachdem, wie viele man dann aufgesammelt hat, kann man Highscores machen. Das ist also schon mal ein sehr einfaches Spiel, auch ein sehr spaßiges meiner Meinung nach. Und wir werden in diesem Spiel wirklich sehr, sehr viele Grundlagen der Game Engine vor allem kennenlernen, die wir auch für zukünftige Projekte, die ein bisschen umfangreicher und spannender sind, dann verwenden können. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine weitere Zeit und fangen einfach mal damit an, unser Spielprojekt zu starten. Wir klicken also hier auf New und natürlich wollen wir mit der Game Maker Language entwickeln. Und wir nennen dieses Spiel, wie nennen wir es? Nennen wir es einfach Ausweich Game. So, das ist jetzt mein Name. Du kannst es natürlich nennen, wie du willst, je nachdem, passenden Namen für das Spielethema wählen. Und ja, ich würde sagen, ich nenne es einfach Ausweich Game. Du kannst das machen, wie du willst. So, dann klicke ich auf Speichern und dann landen wir auch schon in der Entwicklungsumgebung. Du siehst, wir haben hier also jetzt ein frisches neues Projekt. Wir haben hier keine Sprites, keine Objekte, nur diesen einen Standardraum. Das Ganze ist also so leer wie nur möglich. Und wir machen jetzt mal ein paar Vorbereitungen, damit wir mal die ersten Grundlagen für unser Spiel gelegt haben. Und zwar wollen wir jetzt unsere Sprites erstellen. Was Sprites sind, erkläre ich gleich noch. Die werden wir dann unseren Objekten zuweisen und wir werden die Objekte dann im Raum platzieren, damit wir mal eine kleine Grundlage haben, auf der wir aufbauen können. So, kommen wir also mal zu den Sprites. Sprites im GameMaker Studio 2 sind im Grunde einfach nur Grafiken. Das können einzelne Bilder sein, 2D-Bilder oder sogar mehrere Bilder zusammengefasst, die dann eine Animation ergeben. Sprites sind also all die sichtbaren Dinge in unserem Spiel. Das sind die ganzen Grafikdateien. Und ja, was wir natürlich brauchen, sind Sprites, um sie unseren Objekten zuzuweisen, damit die ein Aussehen haben. Das heißt also, im GameMaker Studio 2 werden Spiele so entwickelt, dass wir zuerst Grafiken erstellen. Diese Grafiken weisen wir dann mit Logik programmierten Objekten zu. Und diese Objekte, die dann dieses Aussehen haben, diese Sprites haben, werden dann im Raum platziert und dann haben wir ein funktionierendes Spiel. So, wir fangen also an mit den Sprites. Und ich würde sagen, wir erstellen zuerst einmal ein Sprite für unseren Spieler. Ich mache da jetzt keine mega aufwendigen Sprites, das würde einfach zu lang dauern für dieses Tutorial. Aber du kannst dann natürlich deiner Fantasie freien Lauf lassen und das Ganze so schön gestalten, wie du möchtest. In meinem Spiel wird der Spieler einfach nur ein simpler Ball sein, den man steuern kann. Okay, fangen wir also mal an. Wir klicken mit rechts auf Sprites, dann auf Create Sprite und wir nennen dieses Sprite spr-player. Denn das wird das Sprite für unseren Spieler sein. spr-unterstrich, das ist ein sogenannter Präfix und zwar der Präfix für Sprites. Das macht man aus dem Grund, dass wir ja später auch im Code mit diesen Sprites arbeiten möchten. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man diese Präfixe benutzt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein Objekt habe, das einfach nur Player heißt und ein Sprite habe, das auch einfach nur Player heißt und ich dann auf diese Ressource zugreifen möchte, weiß der Computer nicht, welche ich jetzt meine. Ob ich jetzt das Sprite meine oder ob ich das Objekt meine. Und dementsprechend macht man immer solche Präfixes. Das hast du ja auch schon in den vorherigen Videos bei Objekten gesehen. Da haben wir das Ganze immer obj-unterstrich genannt. Okay, also Sprites sind spr. Wir nennen das Ganze spr-player. Und dann öffnet sich hier dieses neue Fenster und das ist das Sprite-Fenster, in dem wir die ganzen verschiedensten Einstellungen für dieses Sprite vornehmen können. Die wichtigste Einstellung, die wir jetzt erstmal ändern müssen, ist die Sprite-Größe. Das machen wir, indem wir hier auf diese vier Pfeile, die nach außen gehen, klicken. Hier steht es auch schon Resize Sprite. Hier können wir das Ganze verändern. Und hier unter Scale-Image können wir dann hier die Width und die Height, also die Höhe und die, äh, die Breite und die Höhe einstellen. Das ist momentan auf 64x64 Pixel, wie man hier sieht. Und wir stellen das Ganze ein bisschen kleiner. Wir sagen 32x32. Wie du siehst, ich habe nur die Width verändert und die Height hat sich mit verändert. Falls du das nicht willst, dann mach dieses Häkchen bei Maintain Aspect Ratio weg. Dann verändert sich das nicht mehr mit. Wenn ich hier jetzt was ändere, dann siehst du, verändert sich das obere nicht mehr. Ich möchte das aber so behalten, deswegen lasse ich das auch und drücke auf Apply. So, jetzt wollen wir unser Sprite mal wirklich erstellen. Also im Grafik-Editor vom Game Maker hier wirklich eine Grafik erzeugen. Und dafür klicken wir hier einfach auf Edit Image. Und dann öffnet sich der sogenannte Sprite-Editor vom Game Maker, in dem wir die Grafik erstellen können. Wie du siehst, ist das alles ein sehr einfaches Zeichenprogramm. Das heißt, wir haben hier unsere Werkzeuge an der Seite. Hier oben haben wir einen Farbmischer. Und ja, da kann man nicht großartig viel machen. Wir wollen jetzt einfach mal eine Kugel erstellen, eine weiße, die dann unseren Spieler darstellen soll. Und dafür wähle ich die untere Seite des Ellipse-Tools aus. Damit kann man volle Kreise machen, wenn du nur unausgefüllte Kreise machen willst, also nur Linien. Dann klicke das obere an. Aber ich nehme jetzt mal das untere. Ich will einen vollen Kreis erstellen und ziehe den dann hier so im Grafik-Editor. Und dann klicke ich hier oben auf das Kreuz, denn mein Sprite ist jetzt erstmal fertig. So, damit denkt man, ist das Sprite für den Spieler schon fertig. Eine Sache fehlt noch und zwar der Origin-Punkt, also der Ausrichtungspunkt. Den kann man hier verändern. Und das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Und zwar ist der Ausrichtungspunkt, also der Origin-Punkt, der Punkt, von dem aus die Koordinate gemessen wird, die das Objekt hat, die dieses Sprite besitzt. Das heißt, hier du siehst dieses Kreuz, wir können das hier auch bewegen. Und wenn ich das jetzt hier in diese Stelle vom Sprite setzen würde, dann würde an dieser Stelle die Koordinate in unserem Raum für dieses Objekt gemessen werden. Und wir wollen natürlich, dass die Koordinate in der Mitte gemessen wird. Deswegen klicken wir hier oben auf Custom und dann auf Middle Center. Dann wird das Ganze genau mittig gesetzt und ja, dementsprechend werden dann die Koordinaten genau in der Mitte von diesem Sprite gemessen. Das ist für dieses Spielerobjekt sehr wichtig, denn das Ganze ist eine Kugel und wir wollen natürlich die Koordinaten von einer Kugel in der Mitte von dieser Kugel setzen. Und ja, dementsprechend machen wir das so. Dann können wir auch dieses Sprite-Fenster wieder schließen. Wir haben unser erstes Sprite, das für den Spieler erstellt. So, jetzt brauchen wir natürlich neben diesem Player-Sprite noch ein Sprite für eine Wand. Denn eine Wand ist ja auf jeden Fall nötig in so einer Arena, damit der Bereich auch eingegrenzt wird, in dem man sich bewegen kann. Und dementsprechend erstellen wir jetzt hier noch ein Sprite, das eine Wand darstellt. Wir nennen dieses SPR-Wall. Das ist das englische Wort für Wand. Und dann machen wir hier wieder die Größe auf 32x32 Pixel. und drücken auf Apply. Der Origin-Punkt wird hier oben in der linken Ecke bleiben. Hier verändern wir diesmal nichts. Wir klicken auf Edit Image. Und wie gesagt, das soll einfach nur eine weiße Wand sein. Deswegen fülle ich einfach mit dem Füll-Tool dieses ganze Sprite aus und wir haben eine weiße Wand. Das ist einfach so ein Viereck. Und mehr müssen wir hier nicht machen. Und dann brauchen wir noch ein paar Münzen, die man aufsimmeln kann. Das nenne ich jetzt mal SPR-Coin. Coin ist das englische Wort für Münzen. Die werden eine Größe von 16x16 Pixel haben. Die soll nämlich kleiner sein als der Spieler. Hier machen wir den Origin-Punkt aber wieder in die Mitte, also Middle Center. Klicken auf Edit Image. Und der Origin-Punkt wird jetzt, was sage ich da, der Coin wird jetzt einfach auch wieder so ein Ball sein, aber ein etwas kleinerer. Allerdings so in der Form von einer Münze. Also kann man hoffentlich erkennen. Wobei ich den nicht weiß machen will. Ich mache ihn jetzt einfach mal gelb. So, dann erkennt man das auch ganz klar und deutlich, dass es sich hierbei um eine Münze handelt. So, was brauchen wir noch? Dann bräuchten wir noch ein paar Gegner. Für die Gegner könnten wir eigentlich den Spieler kopieren. Wir klicken also den Spieler mal mit der rechten Maustaste an und dann auf Duplicate. Und dann sehen wir hier SPR-Player1. Das benennen wir natürlich um in SPR-Enemy. So, Enemy, das ist das englische Wort für Gegner. Und bei Edit Image machen wir diesen Rot. Denn Rot ist ja die Farbe für böse Sachen. So, nicht berühren auf jeden Fall soll das darstellen. Und dementsprechend machen wir dieses Sprite so. So, jetzt sind erstmal die ersten wichtigen Sachen in Sachen Sprites gemacht. Und jetzt erstellen wir mal unsere Objekte. Das heißt, wir klicken hier auf Objects, Create Object und dann mache ich hier ein OBJ-Player. Dann machen wir ein OBJ-Wall. Dann kommt noch ein OBJ-Enemy. Und ein OBJ-Coin. Dann haben wir schon mal für diese ganzen Sprites auch die entsprechenden Objekte erstellt. Und die weisen wir jetzt einzeln zu. So, hier ist das Bild, hier ist das Fenster für OBJ-Coin. Das bekommt hier über Sprite, über dieses Fenster hier, wo No Sprite steht, den Coin-Sprite zugewiesen. Wir sehen, das hat jetzt diesen Sprite angenommen. Dann können wir das schließen. Dann kommt OBJ-Enemy. Dem weisen wir das Enemy-Sprite zu. Können wir auch wieder schließen. Dann kommt OBJ-Wall. Dem geben wir das Wall-Sprite. Und dann haben wir hier unseren Player. Den geben wir das Player-Sprite. So, und dann sind die Objekte auch schon mal erstellt. Wir haben den Objekten auch schon die Sprites, die nötigen, zugewiesen. Und jetzt gehen wir in den Raum und platzieren mal die ersten wichtigen Dinge im Raum. Zuerst einmal, der Player muss auf jeden Fall im Raum sein. Schon von Anfang an, denn den spielen wir ja. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch unsere Arena eingrenzen mit Wänden. Und jetzt, dementsprechend, wollen wir hier ringsrum um dieses Level diese Wall-Objekte setzen. Um mehrere Objekte gleichzeitig setzen zu können, markieren wir hier dieses OBJ-Wall und halten die rechte Alt-Taste gedrückt. Und dann können wir das so nach unten ziehen. So, konzentrieren wir uns mal kurz. Dann sind die auch schon direkt angewählt. Und du siehst, die sind jetzt noch nicht wirklich richtig auf diesem Raster. Dafür bewegen wir sie einfach mal kurz und dann passen die sich hier schon an. Und das machen wir jetzt mit allen Seiten. So, ich habe die jetzt alle jeweils platziert. Und dann haben wir auch schon mal die erste Grundlage für unser Spiel fertiggestellt. Wir haben jetzt all unsere Grafiken. Du kannst diese Grafiken natürlich machen, wie du willst. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Dann haben wir die Objekte erstellt. Diesen die Grafiken zugewiesen. Und wir haben auch schon einen ersten Raum. Und in diesem Raum haben wir eine simple Arena gebaut, auf der man mal aufbauen kann. Das heißt, alle Grundlagen für unser Spiel sind jetzt gemacht. Und dementsprechend war es das dann auch erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Es tut mir auch leid, dass das Ganze so einen kleinen Hall hat. Ich denke zumindest, das hört man im Video sehr laut. Im nächsten Video wird es das dann natürlich nicht mehr geben. Ich werde mir jetzt so schnell wie möglich einen Teppich besorgen, damit der Schall hier ein bisschen besser wird. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es dir gefallen hat, gib uns doch einen Daumen nach oben. Das würde uns sehr unterstützen. Und falls du es noch nicht getan hast, würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Denn so wachsen wir. Und du siehst die neuesten Videos immer direkt in der Abo-Box. In diesem Sinne war es das wieder von mir. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.